Jawohl, alles klar, Kako sie. Von welchem Land kommst du hier? Ich bin von Ghana. Ghana. Und Schuhe auch aus Ghana? Schuhe, nein, alles von Moschee geklaut. Wie? Ja, weil du kannst ruhig in die Kirche gehen mit Schuhe. Aber Moschee darf nichts. Ja? Alle draußen lassen, ich hole sie nachher. Das gibt's doch nicht, Bruder. Doch, ist Haram, aber egal. Egal? Jawohl. Das sind alle Schuhe von Moschee. Und jedes Paar Schuhe hast du sechs Monate Garantie drauf. Und steuerfrei? Nach sechs Monaten wieder in den Container werfen, hole ich wieder raus. Bruder, steuerfrei? Alle steuerfrei. Alle schwarz? Alle schwarz. Subhanallah. Sobald Angela Merkel lebt, ich lebe noch. Maschallah, das ist... Ja, bei Merkel ist meine Tante. Das ist deine Bruder? Er ist größer von meinem Vater. Aha, okay. Er ist größer von meinem Vater, Honecker. Aha. Er lebt noch, aber in der Hölle. Und letztes Mal hat du mir erzählt, dass die kommt von den Saddam Hussein Schuhe? Das ist Schuhe von Gaddafi. Gaddafi? Ja, er hat von Saddam Hussein bekommen. Ja, er will nichts mehr. Alles klar. Dann habe ich bekommen. Bruder, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke dir.